Hallo Leute, herzlich willkommen auf dem Kanal Stunnel Gaming und fangen wir hier schon wieder mit dem Spielbeutel. Eigentlich war auch wieder mal ein anderes Video geplant, aber dieses andere Video kommt auf jeden Fall morgen wahrscheinlich. Ähm, ihr seht hier gerade, dass ich hier in dieser Ansicht bin und hier blinkt es die ganze Zeit und scheint muss ich das machen, damit ich das neue hier freischalten kann. Aber erstmal muss ich da reingehen und ich müsste, glaube ich, hier sogar das machen. Und deswegen gehen wir jetzt einfach auf die Mission, starten und beginnen damit. Ich weiß nicht, ob ich tatsächlich schon mal in den Redstone-Bergwärm war, ich denke mal ja. Ähm, genau. Es geht ein beunruhigendes Rumoren von den Bergen der Oberwelt aus. Man erzählt sich, dass die Illager dort tief unter den alten Bienen etwas Schreckliches bauen. Etwas aus Ruß, Metall und Flammen. Nur ein Held wie du kann sich in dieses Höhlensystem begeben und die Wahrheit aufdecken. Okay, dann mach ich das. Ja, erstmal kurz was trinken. So. Okay. Ich muss mal kurz mein Handy hier weglegen. Liegen, genau. Liegen mal nicht. So, wir müssen erstmal hier lang. Bitte machen hier. Also es ist auf jeden Fall die Stufe 3 irgendwie. Also es könnte schwerer sein. Ist es eigentlich jetzt nicht so. Also ich kann da jetzt eigentlich dran. Und ich hab. So. Aber er ist, glaube ich, schon ein anderer Weg. Also ich kann mich halt um Null daran erinnern. Also ich kann mich halt um Null daran erinnern. So. Geh weg. Nach vorne. So. Na ja. So. Weg mit dir. Oh, den kann ich mitnehmen. Also. Okay. So. so ich habe jetzt gar keine ahnung nicht hier hin oder geht es ja unter 0 ich musste aber das macht mehr okay ich brauche weiter für doch nicht ich höre auf jeden fall ich glaube ich das ist ein blöder blöder hier Okay, jetzt können sie sein, dass ich die Nähe stehe. So habe ich jetzt alle... Weiß? Nee. Ja, was geht denn? Uh! Nicht mich treffen. Nicht mich treffen. Ey, der hat mich getroffen, dieser Blöde. Ja, was soll ich denn machen, Junge? Der ist eh jetzt tot, Alter. Du auch. Ja, du Spinner auch. Du brauchst gar nicht mehr so hinterherrennen. Hier. Warte, wie kommen die denn immer alle her? Ich stehe jetzt alle befreit, ja. Ja, habe ich. Okay. Dann geht's Woyler. Richtung, ähm, Ding. So. Weg mit dir. Weg, weg, weg. So. Da ist ein Spawner, den sehe ich doch schon. Sogar zwei Spawners. Boah, lass mich doch mal weg dir. Ey, ich hab den Dings anliegiert. So. Ey, das ist doch die Hölle dort, ey. Ey, das ist echt die Hölle. Hölle. So, ich krieg's hier. Geht, ja. Ich weiß jetzt schon, dass wir wieder ganz vieles sind. Ich weck mich hier. So, ich guck mal diese ganzen anderen Flücher hier. So. Okay. Man merkt auf jeden Fall, dass er schon Stufe 3 ist. Muss ja auf jeden Fall ein bisschen mit dem Bogen arbeiten. Boah. Hier ist doch noch irgendwo ein Creeper. Wo ist der denn jetzt? Hm. Hat noch einen Creeper. Man merkt schon, dass es ein bisschen Stufe 3 ist. Ja. Na, warum hab ich das denn jetzt da hingeworfen? Hat ein Wunderbar funktioniert, muss ich sagen. Hier. So. Au. Gott. Stein. Ey, das ist so gut, dass ich diese Rakete habe. Gut, gut, gut. So. Au. Und was ist das Ding denn auch einmal her? Ja, ich kann jetzt erstmal nicht weitergehen. Sonst sterbe ich. So, da bin ich wieder. So, let's go. Gehen wir hier mal an. Ja, du Freund. Nein. So, zack, weg mit, oder? So. Nee. Wow. Gehen wir weg? Au. Oh, nein. Oh, nein. Ahm. Ich mit dem, Alter. Junge, das war gerade echt eine schwere Geburt. Oh, nein. Ne, nein. Wow. Fast gestorben. Alter, ich hab echt fast gestorben. Oh. Junge, das leckt da hier voll. Will ich mit dann mal weg? Ähm, ich bleibe hier stehen wegen dem Ort. Ah, wobei ich könnte reingehen. Nein. Ich hab noch auf E gedrückt. Oh, Leute, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich dort bin. Ja, Leute, wie ihr hier gerade schon sehen könnt, bin ich nicht mehr im Spiel, da es aktuell gerade irgendwie anscheinend Probleme mit Minecraft gibt. Und, keine Ahnung, also, ich kann auf jeden Fall Minecraft Dungeons im Moment nicht starten. Ähm, und von daher war's das mit dem Video. Wenn's euch trotzdem gefallen hat. Auch wenn ich jetzt nicht mehr weiter spielen kann, ich werd natürlich in der nächsten Folge wahrscheinlich, seitdem ich vergesse es, ähm, weiterspielen. Oder auch, äh, einfach alleine kurz, ähm, das zu Ende machen. Wenn ich's dann mal irgendwann mal spielen kann, wieder. Ähm, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like, ein Abonnent, ein Kommentar da. Ähm, schaut auch gerne unten in der Discord, äh, unten in der Videobeschreibung vorbei, denn dort ist mein Discord-Server verlinkt. Ähm, habt jetzt noch einen traumhaften Tag. Und haut rein, Leute, euer Stando. Ciao, ciao.